Hey, schau mal aufs Datum. Warst du nicht gerade noch Anfang 2019? So schnell ist es vergangen, richtig? Und hast du deine Ziele, Wünsche und Träume alle erreicht bis jetzt? Sind alle Ziele eingetroffen, die du dir gesetzt und gesteckt hast für 2019? Bei über 95% der Menschen leider nicht. Und es liegt an drei Punkten. Am ersten Punkt der Klarheit. Die meisten Menschen haben nicht die Klarheit. Sie wissen gar nicht genau, was sie wollen. Sie wissen nicht, was ist ihr Herzensbusiness. Sie wissen nicht, was ist ihre Berufung. Und sie wissen auch nicht, was ihr Zweck im Leben ist. Wie sieht es mit dir aus? Weißt du hundertprozentig, warum du hier bist? Weißt du hundertprozentig, was deine Aufgabe ist? Der zweite Punkt ist, es gibt Blockaden, wie zum Beispiel Limitationen, also Ängste, Sorgen, Zweifel, negative Glaubenssätze, Dinge, die einfach zwischen dir und deinem Ziel stecken oder stehen, die dazu führen, dass du das Ziel nicht erreichst. Also immer so kurz vorher, kurz bevor du es erreichst, kommt irgendwas dazwischen und dann zack, bang, alles wieder im Eimer. Richtig? Kennst du das? Und der dritte Punkt ist, warum Menschen Ziele nicht erreichen, ist sie haben keine Struktur, also keinen Plan. Es ist nicht nur ein Zielplan, nicht nur einfach irgendwie ein Ziel aufschreiben, sondern eine richtige Struktur, die dazu führt, dass alle Lebensbereiche mitgenommen werden und nicht nur ein Lebensbereich, nicht nur Business oder nur Family oder nur whatever. Ja, so denken die meisten. Die meisten denken immer nur in einem Bereich. Nein, wir brauchen alles zusammen. Und ich mache einmal am Ende des Jahres das Power Mind Success Intensive. Solltest du dir unbedingt anschauen. Das Power Mind Success Intensive sind drei Tage, in denen wir genau diese drei Schritte durchgehen. Erster Schritt, Klarheit für die Ziele, für deinen Lebensweg, für deine Aufgaben hier, für deine Stärken, für alles das, was du in deinem Leben erreichen willst. Okay? Nächster Punkt ist, alle Blockaden loswerden. Blockaden, Ängste, Sorgen, Zweifel, die zwischen dir und deinem Ziel stehen, diese wirklich loszuwerden. Und der nächste Schritt ist, einen so kraftvollen Plan zu machen. Du verlässt diese drei Tage, das sind Ende November zusammen, in ein super Hotel, in Karlsbad, in Tschechien. Wir werden eines machen, du verlässt dieses Training, dieses Seminar mit einem aktiven Plan, mit einer Struktur, wie du deine Ziele erreichst und du erreichst sie auch, weil die Blockaden loswerden weg sind. Du weißt, was zu tun ist. Du tust es einfach und du merkst, du hast neue Ergebnisse. Wie wäre das für dich, wenn du auf einmal neue Ergebnisse bekommen würdest? Genau das möchte ich machen mit dir. Check den Link hier, klick drauf, sei dabei. Ich freue mich total auf dich. Lass uns in Tschechien im wunderbaren Hotel in Karlsbad sehen, nicht in der Ruine hier, sondern in einem wunderschönen, schönen Hotel, Fünf-Sterne-Hotel, in Karlsbad im Grand Hotel Pupp. Und ich sage dir eines, die Energy in dem Hotel ist der Hammer. Es wird absolut, wie soll ich sagen, amazing, es wird absolut unglaublich. Schau dir die Menschen an, die letztes Jahr auf dem Power Minds Success Intensive waren. Und ich kann dir nur eins sagen, wir haben jetzt Ticketpreise. Normalerweise sind das 3.000 Euro, 4.000 Euro, die ich dafür aufrufe. Ich habe aber gesagt, ich möchte mehr Menschen erreichen damit. Also du kriegst es für zwischen 10 bis 20 Prozent vom Preis. Okay, also sei dabei, komm mit. Und ich freue mich total auf dich. Ich freue mich, wenn wir uns sehen. Vielleicht hast du schon länger, schaust du meine Videos an, vielleicht kennst du mich schon länger, vielleicht arbeitest du länger schon mit meinen Materialien. Also lass uns eines machen, lass uns dort treffen, lass uns drei Tage an der Verwirklichung deiner Ziele arbeiten, damit du 2020 die Rakete zündest. Okay, also let's rock, dein Daniel.